Neeeeiicht Neeeeiicht Okay, Patrick macht Anwort ähm, Hilfe? Okay, jetzt kann man um. 3, 2, 1, Go Hallo und willkommen zurück zu The Forest mit Sam und Delta Und meiner Wenigkeit Und das ist jetzt die Folge, wo wir hier runtergehen Let's go Ich hab Katapult gebaut äh, da haben wir es leid, ey äh hey, runter, bitte, bescheiß Holz oh, da unten leuchtet was oh, diese Leiche scheiße in meinem Keller liegt ne Leiche oh, alter zum zweiten Mal hab ich mich schon erschrocken, ne wieso diese kack Leiche, ja die ist doch nicht gruselig, warum bescheiß dich sind die Hosen, oder? ich baue ne Taschenlampe, das ist gescheiße ich hab ne Map gefunden ok ich auch ich auch wir sind ganz rechts unten hier ist ne Lampe ja, die kann man nicht mitnehmen alter das Wasser ich hab keine Sperre, ich hab nur ne Axt ich hab Axt aber Sperre auch, aber das ist mega laut alter, ich vergesse ah, es geht wieder das Wasser lass, komm Leute hab Schiss brauchst kein Schiss haben da ist nichts, ich muss eigentlich außer die Oktopusse, oder? die Oktopusse ach so, die Oktopusse? mhm das scheint wirklich so aus mhm, das scheint wirklich so aus wie siehst, kriegst du den ärgsten Nachbisch mit mir immer so aus wie früher ich kenn die schon alter, das ist so laut warte, ich muss leiser machen da ist was Gameplay schreit doch nicht so schreit doch nicht so da ist ein Helm wenn ich aufziehe geht nicht alter hallo da ist ein Typ haha was ist das für eine Miesgeburt alter boah ey, wartet mal kurz der ist nackt ey, wartet mal kurz ja, kloppt den kaputt ja oh, ich muss essen ja, oh, ich hab urvieles nix da boah, Taschenlampe, ich bin der Taschenlampe ah, die Tür? ich hab Angst ne Tür, Alter mach auf, komm Jungen, mach auf hau mit der Axt dagegen hau mit der Axt dagegen ja, hau halt, der du vollidee, oder? hä? hä? nix wichtiges nein, Delta, beruhig dich nein, Delta, beruhig dich da ist doch eh nix passiert kommt's doch da, wo ich bin, Herr da ist was G'scheides iiiiih kommt zu mir boah, Alter, ich bin die Taschenlampe man kann man die Grafik nicht heller machen das ist die Uhr da ist die Uhr alter, wie? da Helligkeit ja, wo ist da Helligkeit das seh ich ja nix ey, Leute grafik irgendwo na oh, mein Gott, hab ich mich gar nicht erschrocken der hat ohne G'sche boah, was für ne Mist Aua! Junge! ich hab den geschlagen ja, ich bin tot, ne oder? war ich nehm auch mal gesperr ja, mich auch ja, mich auch nein doch nein nein also wie gut ist das Speer ach, nun, wer lebt ja ja so ja, was muss ich machen, um, äh, dass ich einen Speer hab ja, ich kall 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 was, keine Ahnung du brauch ich vergessen vergessen leute doch an das nicht schon halten erster trick steine zum schmeißen der sieht nicht so gesund aus hoffe ich passiert das nicht für uns auch niederkommen die babys raus für kevin opfer ja du wirst es mal merken wenn auf einmal irgendwie kleines kind schreit es ist dann ich bin längst rutsch aber ok sei warum das feuerzeuge alter hoffentlich wieder zurück hoffentlich wird wirklich checkpoints machen wo hin rennst du da so dunkel ich bin jetzt aber es ist trotzdem so finster ich weiß ungefähr hallo ich habe mich spielzeug gefunden ich auch und ein auge also also stimmig spielzeug ist das ja nicht aber zeichnen ich glaube wir sollten uns erst mal vorher generieren ich bin voll ich stehe kurz was und trinken und dann geht es weiter so gehen wir da ich habe so wenig leben dann brauchst du pillen weil mir regeneriert das aber auch nicht ja jedes regeneriert auch nicht menschen was ist denn hinter dir stecke mit man weiß nie was man die braucht war die fliedermaus du kleine ist nicht ja das ist ein typ ja das da kam er muss wieder nicht so eine tasche lampe das ist doch scheiße ja hier war das so laut ja ich kann man schwimmen nicht sagt da kann man nicht schwimmen doch irgendwo nicht drauf oder gewöhnt runter schön die tasche lampe ja gehen wir mal schwimmen und tauchen vielleicht können wir arbeiten ja sicher da kommt man nimmst du hin doch da hinten kommt man nirgendwo hin was für dahinten ja dann lassen wir zurück oder nicht ich will doch gern weiter aber ja ich will timi komm holen uns timi egal scheiß drauf scheiß auf 20. folge wir holen uns timi wahrscheinlich ist er nicht mal da ne timi ist ja nicht mal da hä wer weiß ja das glaubts nicht ja warum finden wir die ganze zeichnung denn wenn wir da weiter gehen können na gut schon da auch wieder ich geh mal vorne das ist ungeil wenn wir schnell in der zehnten folge auf die wir finden würden das ist schon wie eh und dann ist doch das spiel so aus auf einmal ich will die tasche lampe das ist mein ziel für heute tasche lampe sind so gut da machen wir heute x x x x 11 folge komm hier komm hier da waren wir wow was ist denn geh mal auf den felsen rauf jeee aah guck mal da du krebs da kann man reinglitschen ja geh weiter bevor du dich da totkommst da ist ein holzstück da waren wir noch nicht oder da waren wir noch nicht was ist das da waren wir noch nicht da links 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 nicht da rechts ich will kratzen was das ist da ist ne lampen alter joker uuuh uuuh miss gebot uuuh 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 schweb uuuh uch uuuh 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 ueuh uuuh uuuh ja wow wir bauen steine ja ja ich habe keine hülle ich will nichts danke sagt du machst die jetzt machen dass ich nötig hast nein ich brauche noch mehr mutanten was brauchen wir noch einen arm und ein paar schädel ja ich glaube das ist unnötig oder weil wir kriegen nicht dass sieben schilder hier sind auch schilder ist machen ein stückchen ich habe ich mache dir was anderes das ist zu übertrieben machen wir was kleineres tschuldigung machen wir das so dass es aber das ist gescheiter aber wir bauen immer steine ein stein und ein paar arme oder das ist einfach aufzutreiben ist ja ich habe hier schon was hochgepackt ja ich habe ich ab und kürze die die habe ich schon aufgewohnt dann müssen wir noch nicht dran jetzt kann ich noch ein stein in vielen wenigen stunden dazu müssen sich finden was ist das ganze ist ganz schön nein lass nicht wieder zurückgehen da gehen wir nicht zurück zurück das ist woanders und schlüsse alkohol egal ob er mal kohol und beschleunigt haben ich muss was essen ja lassen wir die ganze ist ja im ronstein warum findet man in einer scheißhöhle kein stein aber ich glaube ich glaube da kommen jetzt die oktopusse dann geht's auf den stein rauf feuerzeugs unnötig nicht dass die firme küsse macht da unten zieht sie den leuchten ja ja oder war er meinst du und hier oben stehe ganz rechts äh wie komm ich da hoch rechts ja links hier neben dem da leuchtet was rechts leuchtet was bei mir ist da aber da leuchtet was rotes bei mir das sind die Babys warte wo ich will keine Babys wie kann man ihn nicht achten oder so im Wasser gehen wir weiter greifen wir uns nicht im Wasser an komm rüber warte ich feier zeig ich will in der scheiß Taschenlampe wie geht's doch oder Leute wollen wir schon den Kampf machen ne oder machen wir keine Ahnung wie es weiter geht seht ihr in der nächsten Folge auch ja ja genau guuuuut uuuuut 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 uuuut liken abonnieren kommentieren fotografieren pornografieren na tschö 3